so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von von mario kart 7 glaube ich das letzte mal haben wir den pilz cup gemacht mit toads piste daisy hausen chip chip bucht und shy geist wasser und heute machen wir den panzer cup und ja in den kommentaren stand ich lag doch richtig mit blooper da bin ich auch froh da luigi's renn piste wunderschön ja jetzt erst mal ein bisschen wieder einüben los ich zeig's euch so fünfter komm gib gas manuel komm da kuba hast du ein quatsch so jetzt okay da hast du ein scheiß dritter okay da so bitteschön mischt zweiter komm her mario ich dreht dir in äh ich dreht dich oder ich ramm dich so ja so boom mario kart 7 ist ein spiel lalalalalalalalalala ich bin auf dem ersten platz und fahre im sand wo ich nicht hinfahren sollte. Aber ich habe mich noch gerettet. Erste Runde haben wir gemeistert, wie es scheint. Wunderschön. Wir haben es gemeistert. Die erste Runde. Wir sind schon auf dem ersten Platz. Bowser ist unser Feind. Bowser, sei ein lieber Bowser. Und ja. Dings. Er sollte uns nicht überholen, der Bowser. Ich weiß, wo der hin will, der Bowser. Der will wieder nur die Prinzessin klauen. Ey, wer war das? Ach so, jetzt ist Wario hinter uns. Und wir kriegen erstmal eine in die Fresse. Scheiße. Immer diese Stachypanzer. Äh, Panzer. So. Kriegen wir was vernünftiges womit wir den Lakitu hinter uns abtreffen können. Ja, aber ich schieße in die falsche Richtung. Weil ich ein Horst bin. Oder ein Manuel. Äh. Ach, ich wollte doch das ein... Ach, egal. Ich bin eh Erster. Von dem her, easy peasy. Äh, äh. Ja. Oh, ein Blooper. So. Jetzt weiß ich, dass es doch Blooper hieß. Wie ich, äh, im letzten Part gesagt habe. Gut, dass es, äh, dass, äh, mir der gute, äh, wie hieß er? Sven, in die Kommentare geschrieben hat, ja, heißt Blooper. Hatte ich recht, Manuel. Ist richtig. Jo. So. Jetzt driften. So. Hey. Wer verbrennt mich? Lakitu? Also echt. Nicht mit Feuer spielen. Also echt. Gibt's ja nicht. Spielt ja Lakitu einfach mit Feuer und wirft uns ab. So eine Banane kriegst du da. So. Ess mal die Banane. Ich weiß, es ist nur eine Bananenschale, aber, ähm, wenn ich Banane sag, kann ich, äh, kann ich's lustiger machen. Was? Ich bin auf dem zweiten Platz und krieg einen Stachifanzer abge... Ey, wenn ich jetzt nicht auf... Was? Ich lande nicht mehr auf dem ersten Platz. Leck mich doch alle, Manuel. Ganz ehrlich. Dritter. Äh, leck mich. Kannst mich mal, Lakitu. Und Mario, du genauso. Vor allem in, äh, Super Mario 64 DS. Ich schwör, Mario ist in Super Mario 64 DS ist er der Größte. Ah! So, okay. Jetzt kommt Bowsers Festung 1. Okay. Das schaff ich aber. Wenn ich da nicht Erster bin, dann bin ich nicht Manuel. Oder Manu P bin ich genauso wenig. Okay. Drei, zwei, eins. Gras geben! Kommt her! So. Mario! Komm her! So! Lakitu, komm her! So! So! So, Banane, da! Das ist eine von meinen Lieblingsstrecken. Und zwar, weil ich so gut bin. Ich bin Erster. So. Bisschen driften, so. Easy peasy. Kann doch jeder. Bisschen driften, das ist ja. Das ist ja null Probleme. Da, bisschen Banane. So, und hier noch eine Banane, so. Easy peasy. Lo, 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 lo. Was? Dazu kein Kommentar. Nein! Ey, was soll denn das? Dafür, dass ich Feuer auf dem zweiten Platz so ein Dings gekriegt hab, dafür sollte ich jetzt keins kriegen. Ah, da kommt ein Lauterpanzer! Ah! Mist! Komm, ich flieg bis hin. Ah, fast. Na, beim nächsten Mal flieg ich. Ganz bestimmt in der nächsten Runde. Aber nur vielleicht. So, ein bisschen Turbo. Sekunde. Genau. Zielen und Turbo. Ab ins Ziel. Äh. Nein. Stimmt. Jetzt kommt erst die dritte Runde. So. Bisschen driften, so. Bisschen items aufsammeln. So, ein bisschen Banane verteilen, spenden. Ganz easy. Easy peasy. Kein Problem. So, jetzt kommt doch das mit dem Fliegeteil, gell? Ja, komm, fliegen wir mal ein bisschen. So. Wow. Der Panzer hätte uns auch in die Lava schubsen können. Puh. Gott sei Dank, Kato, das ist nicht da. Bisschen Bananen noch verteilen hier. So. Ich bin doch echt nett. Ich gebe allen anderen Bananen. So, Ziel. Puh. Erster. Gut. So. Und, auf welchem Platz sind wir? In der Gesamtpunktzahl. Erster. Hm. So. Dritter Platz in der ersten Runde, obwohl ich die ganze Zeit auf dem ersten Platz bin. Aber das ist das Blöde an Mario Kart. Ich mag Mario Kart, aber das Blöde ist, äh, ja. Man ist manchmal immer der Erste und kurz vorm Ende geht's richtig ab. Und man wird letzter. Hey, Cooper. Cooper, lässt du mich mal vorbei? Ja. Nein. Komm, Cooper, lass mich doch mal vorbei. Komm. Hey, ich will mal mit dir reden. Da. Mischt. Verfehlt. Was? Was war denn das? Wieso bin ich so geschlittert? Hey, Lucky, du. Also echt. Ich will zum. So. Ich nehme mal den anderen Weg. Nimmt man den überhaupt? Keine Ahnung. Ist das eine Abkürzung? Keine Ahnung. Ich denke mal schon. So, wir sind mit Wiedeln. So. Sind hinter uns. Und wenn sie uns überholen wollen, dann. Ui. Und dann. Ui. Lalalalalala. So. Ein bisschen fliegen. So. Lalalala. Hallo Goombas. Na, wie geht's denn so? Ja, schön am Rumwatscheln. Ja, toll. Lalalalalalalala. Lalalala. Lalalala. Hm. Wah. Oh Gott. Ich dachte schon, da fliege ich gleich runter. So. Bisschen Banane. So. Jetzt nehmen wir mal den anderen Weg. Was? Weiter. Wer hat uns schon wieder überholt? Nach der Koopa. So, aber wir überholen dich. Erster. Boom. So, Koopa. Was machst du jetzt? Ein Stachipanzer. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Komm, Koopa. 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 Rede mal mit dir. Ich hab ein Wörtchen mit dir zu klären. Mann. Das geht nicht einfach so, dass du uns nicht auf den ersten Platz schickst. Wah. Geht ja voll ab in der Kurve hier. So. Jetzt noch eine Runde. Bäh. Da passiert wieder Scheiße. Wie eben. Äh. Auf der ersten Strecke. Was war das nochmal? Luigi's Rennpiste. Genau. Wir nehmen wieder Riesenweg. La 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 la. So. Da hab ich die Banane. Guten Appetit. Hey. Boah. Der schmeißt ja mit Feuer. Boah. Was ist denn das für einer? Der zündet ja alles an. Das ist allzu echt. Hoffentlich löst er keinen Waldbrand aus. Waldbrand ist nicht gut. So. Bisschen Banane. Guten Appetit. Mit der Banane. Wah. Nicht da reinfallen uns doch. Okay. Hallo Goombas. Na wie geht's? Wie steht's? Also mir geht's gut. Bevor ihr fragt. Weil ich bin im Ziel. Und auf dem ersten Platz. Yeah. Und? Sind wir immer noch erster? Yeah. Wir sind voll erster. In der Gesamtpunktzahl. Okay. Dieses Rennen. Das letzte dürfen wir nicht verkacken. Sonst sind wir vielleicht nicht mehr erster. Glaube ich. Vielleicht. Mal gucken. Also Silberpokal kriegen wir auf jeden Fall. Und Goldpokal wahrscheinlich auch. So. Letztes Rennen. Äh. Luigi's. Äh. Wie heißt's? Menschen. Glaube ich. Heißt es Luigi's Mansion? Na ich guck nachher nochmal nach. Dann kann ich sagen. So. Lakitu Kupa. Ich muss mal mit euch reden. Kupa. Lakitu. Lakitu. Ich hab nen Termin. Lass mich mal vorbei. Oh nein. Das hatte ich schon im letzten Part. Diesen Witz. Okay. Da. Willst du nen Panzer? Bist du doch ne Schildkröte? Komm. Ich geb dir nen roten. Dann bist du besser ausgerichtet. Kupa. Komm. Na. Wie gefällt dir dein neuer Panzer Kupa? Hm. So. Riesi. Riesi. Da. Geister. Hilfe. Riesi. Geister. Was? Da. Was? Gibt's ja nicht. Mario. So. Mario. Haben wir es schon mal gezeigt? Okay. Jetzt kommt noch, äh, äh, Koopa. Nein. Jetzt kommt wieder Mario. Mario. So. Was? Hab ich? Ne. Das war doch nicht ich, oder? Nein. Bitte nicht das Rennen verkacken, Manu. Bitte nicht. Oh. Stimmt. Wir haben erst die erste Runde. Komm. Jetzt nur noch den Koopa überholen. Dann auf den ersten Platz bleiben. Und dann easy peasy. Mann. Das ist ja vielleicht langweilig, die Villa. Vielleicht hat Luigi mehr Angst. Kapiert? Weil, äh, Luigis Mansion. Und für die, die kein Englisch beherrschen, Luigis Mansion heißt Luigis Villa. Weil Luigi hat ja in Luigis Mansion die Villa, äh, gewonnen. Und sein, äh, Bruder Mario wurde im Bild gefangen. Irgendwie sowas war das. Und dann musste, äh, Luigi ja seinen, äh, Bruder retten. Aus dieser Villa. Die, äh, Luigi ja gewonnen hat, obwohl er nirgends teilgenommen hatte an keinem Wettbewerb. Aber, äh, ja. Es gibt auch einige, äh, Sachen von Luigis Mansion. Aber es ist der Beta pur. Das Spiel war in der Beta viel gruseliger. Oder, äh, oder halt nicht, äh, gruseliger. Oder, ja, eigentlich schon für Kinder halt, war, haben sie es ein bisschen verbessert. Und, so, da ein bisschen Kuba, hier ist dein Panzer. Äh, ja. Wer nicht weiß, was die Beta ist. Die Beta ist, äh, halt das Spiel, wo noch nicht fertig ist. Und, äh, die Beta von Luigis Mansion, also der erste Teil, äh, ja, die Beta war halt, äh, total anders, wie das eigentliche Spiel. Ganz gruseliger. Aber im, äh, richtigen Spiel gibt's auch noch, äh, ja, kein Überbleibsel aus der Beta. Aber, äh, Glitch, sag ich mal, oder so. Nein, Lakitu. Komm mal her. Halt, äh, ja, wo, äh, bisschen, äh, äh, mich an die Beta erinnert. So, jetzt nur noch auf dem ersten Platz bleiben. Bitte, bitte, Manuel, bleib auf dem ersten Platz. So, gewonnen. Boom. Ich hoffe, ich hab grad nicht so verwirrend gesprochen für euch Zuschauer. Ne, ich glaub nicht. Ich glaub, ich hab mich deutlich ausgedrückt. Beta, das noch nicht fertiggestellte Spiel. Und die Beta von Luigi's Mansion, weil halt dann, äh, schon gruseliger oder schlimmer für Kinder als das, äh, Spiel, wo dann, als das vollendete Spiel. So, in Kurzfassung. Aber im vollendeten Spiel gibt's auch einen Spielfehler, wo mich, also mich, ist vielleicht nicht für alle so, wo mich bisschen an die, äh, Beta erinnert. So, Goldpokal, gut, boom. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, stimmt, äh, nee, nicht, danke fürs Zuschauen. Wir wollten ja noch, äh, Dings angucken, wie die Strecke heißt. Die Strecke heißt, doch, Luigi's Mansion, hatte ich doch recht gut. Puh. Ich wollte nur noch mal nachchecken, ob ich auch richtig lag. Okay, äh, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, äh, schreibt was in die Kommentare. Wenn ihr wollt, wenn ihr sagt, irgendwie, äh, sagt, nee, ich hab's nicht verstanden, Manuel, was du mit Luigi's Mansion genau gemacht hast. Dann schreibt's in die Kommentare, dann erkläre ich's in einem anderen Video nochmal genauer oder schreibt's in die Kommentare nochmal genauer. Ja, gebt mir auch einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, oder lasst ein Abo da. Macht irgendwas. Irgendwas, dass halt was gemacht ist, ne? Und, äh, ja, dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.